Geh weg! Ich weiß es, dass er da im Vorhang steht? Der kommt irgendwann raus. Ich höre Knacksen. Boah, aber das Spiel hat auf jeden Fall richtig geilen Horrorfeeling, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von hier unten überhaupt da reinkomme. Ah, die ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Okay, das müsste man nämlich dann hier, nein, hier müsste man irgendwo sind, genau. Da komme ich nicht hin. Das heißt, wir müssen so oder so durch diese Kellertür hier kommen. B, was ist B? Ist das der Aufzug? Ist B der Aufzug? Ich versuche es mal durch diese Kellertür, dafür müssen wir mal in den Westen. Oh, die doch Kerzen kann man nicht anmachen, die sind abgebrannt. Der Moment, wenn man an einem Bossgegner wieder in alte Bereiche zurückkommt und eigentlich nur darauf wartet, dass die jetzt nochmal neu infiziert sind. Alter, die Pupp. Hatte ich schon immer hier gesitzt? Was muss ich hier, die Kellertreppen runter? Was ich hier, zufache? Oh, dass ich nicht rein habe? Was ist also hier, die Verschleimung. idos ō Kasteelung 쿼 Komm ich von hier aus in der Ostflügelkorridor? Das ist doch eine Tür, oder? Ja. Gegenüber von der Tür rechts, nicht hier. Moment, ich komm von der Tür. Und dann von der Tür aus geradeaus und dann links müsste eine Tür sein. Aber die ist versperrt mit Kroms. Okay, alles klar, so lang komme ich, ne? Oh, ho, ho, ho. BRC sind Leitern, ach so. Ah, von B nach B, von A nach A, alles klar. Vielen Dank für die Info. Ah, da muss ich in den Besprechungsraum und das ist die Leiter. Okay, ich muss hoch in den Besprechungsraum, weil sonst komme ich da nicht hin. Ah, die Tür ist nämlich auch abgesperrt. Okay, ich muss dann hier in den Besprechungsraum. Treppe hoch hier. Merci für die Info, mein Guter. Das hat meist viel Laufarbeit erspart. Ach, das ist die Kacke hier. Ah, irgendwo war doch was mit einem Seil. Und das, genau, irgendwo war ein, wo war das noch? Mit einem Seil. Ich glaube, ich weiß wo. Ich muss mich jetzt ein bisschen ausprobieren, natürlich. Das finde ich jetzt auf Anhieb nicht mehr. Eine Woche her, ne, wo ich das gespielt habe. Aber so ungefähr, weiß ich es noch, der Raum, wo die Leiche auf dem Bett lag, da war doch irgendwas. Wo wir das Herz einsetzen mussten. Und ich renne hier gerade zu unbesonnen dadurch. Genau, hier müsste das AC, Entbindungsstation, da war auf jeden Fall eine Leiter. Ach, das war die, C, und dann komme ich wo raus, C, A, B, ah, die haben wir schon geholt. Oh Gott, wo war denn das mit der, im Arbeitsbereich hier, wo war denn das mit der Schnur, wo man die Säure kriegt hat? Das ist jetzt die große Frage. C, bin ich hier schon runter überhaupt? Ah, das war die Kapelle, jetzt bin ich da bei dem Alt. Ach, das war der Mist, okay, oh Gott, nee, hier war schlimm, hier bin ich nicht. Hier will ich nicht bleiben. Jaaa, irgendwo war das. Ich bekomme es aber jetzt nicht mehr aus dem Stehgreif jetzt zusammen, das ist das Problem. Da kommen wir nicht lang, neugeborenen Raum, was, hier irgendwo? Da war das eins tiefer. Ich bekomme es nämlich zusammen, ich muss alles abrufen, absuchen, ich weiß es nicht mehr. Warum kann ich durch die Dirt-Tür nicht gehen eigentlich? Ist das doof, wenn man so langsam wartet, ne, dann verirrt man sich dann schneller wieder. Ah, mit dem Aufzug runter? Das kann natürlich sein, ne? Dann weiß ich jetzt ungefähr, welche Kapelle du meinst, wo das Jesuskreuz so zerschmettert am Boden liegt. Puh. 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 Irgendwann stehen die wieder auf. Irgendwann stehen die wieder auf. Da... Puh. Puh, Küche? Puh! Hier irgendwo? Küche? Dusche? Wie gehen wir in die Küche? Ich weiß es nicht mehr ... Puh. Puh. Puh! Puh. Puh! 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 duschraum das ist dann hier irgendwo ja das ist war die luke mit den seilen drum und ich tippe immer drauf dass man mit dem skapell dann machen kann ritschratsch und dann sind die seile weg treppen hoch durch das studio dann in den duschraum das bin ich hier aber den deutschen erledigt duschraum von der anderen seite verschlossen war ich hier schon drin da waren wir noch gar nicht drin der hängt immer noch daran drum und ansonsten gibt es hier nichts aber das ist wo hier der arbeitsbereich ist könnte das da gewesen sein habt ihr bei dem kerl immer noch keine möglichkeit gefunden die zu machen ja 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 hier ist es ja mann okay wir haben es gefunden denkmal die war bei a jawohl das haben wir jetzt dann alle gar so langsam aber wir haben es aber schön ihr machen mit ihr sind dabei das ist toll wenn ich fühle ich bin nicht ganz so alleine dann geht es ab runter in die dunkelheit freunde ah leider nein leider nein leider nein also wenn man doch allein auf dem stuhl gesetzt hat ob nur mit maske kommt der kommt der nicht kommt da kommt da nicht da ist das so dreckig bei dem spiel der rennt doch da auf jeden fall daniel ich will doch gar nicht in die schatten die dunkelheit das ist das Herr der die der 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 Jetzt hat es mich noch einmal getroffen, Mann. Wenn man es nicht sieht, wann es von wo ankommt. Ein kleines, mistiges Mistvieh. Oh, Killer. Töte 20 Gegner. Okay, das haben wir geschafft. Wir sind immer noch fit. Das war so richtig dreckig bei den Spielen immer. Brudal, richtig aller Silent Hill. Man hört sie nur vom Weiten, wie sie stacheln. Die Nadler oder wie sie hieschen. Och, die waren so ekelhaft. Guck mal, ich stelle mal das Bild an. Ah, hier kann ich mal das Licht anmachen. Erste Hilfe, Carsten. Oh, geil. Das ist schon mal sehr praktisch. Und für jeden, der mal irgendwas in dem Horror-Stream nachschauen will, ich habe das Ganze, den letzten Stream, auch komplett auf YouTube, beziehungsweise es kommen noch ein, zwei Folgen. Ich habe mehr hochgeladen, wie ich Tage in der Woche hatte. Können wir gerne auch mal reinschauen und ein Abo dalassen. Würde ich mich freuen. Und jetzt ist schon wieder Spannung hier angesagt. Ich habe es ja heute noch gar nicht gemacht. Oh, guck mal, wie man da die dunklen Stufen hochgeführt wird. Oh. Es ist alles so stockdunkel hier in dem Game. Die Schatten, ich finde, ich liebe es. Ich liebe es. Und ich hasse es. Was greift mich hier an? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Oh, Gott. Und der ist hier runter? Wo bin ich hier überhaupt? Ach, ich bin im Boiler-Room. Aber ich muss doch in den Keller West, oder? Ich muss doch gar nicht im Boiler-Room. Dann muss ich das hier aufsperren. Ah, nee, nee. Hier bin ich runterkommen. Okay, ich muss durch den Boiler-Room. Ach, hier ist der Mist. Wie kann ich den da oben jetzt bekämpfen? Weil ich kann das Feuerzeug ja nicht aus der Hand legen. Sonst schnappt mich die Dunkelheit. Da hinten ist ein Kerzenleuchter. Ist das doch den hier ernst? Sollen wir es probieren? Yo! Okay, ist aber nicht gut. Aber jetzt lehnt man dann direkt rum. Hier ist alles dunkel. Sollen wir den noch umlehnen? Lohnt sich das überhaupt, wieder zurück hier zu kommen? Oder wäre das Munitionverschwendung? Das ist jetzt die große Frage. Komme ich nochmal in diesen Boiler-Room? Weil jetzt bin ich ja genau hier, wo ich hin will. Wenn ich hier aufsperre... Ah, grüß dich, Pole. Wissen Sie da was? Ich lasse den einfach... Oh, da vielleicht brauche ich den Gegenstand. Vielleicht ist der ein Gegenstand. Das ist die Frage. Ist Munitionsverschwendung ja oder nee? Habe ich mir jetzt einen verfickten Emulator? Ich schiebe mich bis dahin vor und dann mache ich die Scheiße richtig, ey. Ohne Witz. Ich werfe nur einen Blick drin in den Raum. Jetzt hat er mich getroffen, ne? Die kleine Pissratte. Okay, ich gehe nicht mehr in den Raum. Der Raum hat sich erledigt. Wenn dann nochmal andersrum. Das ist ja mies, ey. Das ist jayeong, ey. Hollander. Untertitelung des ZDF, 2020